Ganz knapp dahinter, also aktuell Oksana und Katharina vor Annika und Jessica an der Hinterspelle zu Magdalena und Jenny. Und am Gerät die Führerinnen, Sarah Hekele und Amelie Matsch. Magdalena! Magdalena! Jawohl, wieder eine Zeitübung, Katharina. Wir sehen jetzt spannend. Ihr Vorsprung auf Hanna und Katharina sind 2,3 Punkte in etwa. Die haben jetzt noch mal richtig starke Übung ausgepackt, 42,3.